Ich heisse Steffi und bin 34 Jahre alt. Im Moment bin ich Fulltime-Mami. Ich habe vor anderthalb Jahren einen kleinen Bub gekriegt. Und meine Hobbys sind auf jeden Fall jetzt wieder Sport machen. So viel andere Zeit bleibt leider nicht neben dem Kind. Im Crossfit Pegasus bin ich jetzt seit vier Jahren dabei. Ich habe jetzt aber eine längere Babypause gehabt. Und jetzt vor vier Monaten wieder angefangen. Und macht nach wie vor mega Spass. Meine Herausforderung drei Monate vor der Hochzeit war, natürlich als erstes ins Kleid hineinzupassen. Dass ich gut aussehen im Kleid. Noch ein bisschen Gewicht verlieren. Mein Körper noch ein bisschen mehr definieren. Und den Tag fit und gesund überstand. Das Crossfit Training hat mich auf meine Hochzeit sehr viel gebracht. Ich habe mich an diesem Tag wirklich mega wohl gefühlt. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich sehe super aus. Und ich kann ins Kleid hineinpassen. Es ist alles perfekt gesessen. Und das hat mich einfach für den Tag sehr viel ruhiger gemacht. Und ich bin weniger nervös gewesen. Auch nach der Hochzeit wollte ich nicht aufhören mit Crossfit. Es hat mega Spass gemacht. Ich habe so viele Veränderungen an meinem Körper gemerkt. Es hat mich fitter gemacht. Es hat mich schlenker gemacht. Es hat mich gesünder gemacht. Darum bin ich nach wie vor dabei beim Crossfit Pegasus. Es ist eine mega tolle Community da. Man hat tolle Freundschaften geschlossen. Und es macht einfach Spass. Und es macht einfach Spass. Und es macht einfach Spass.